Die Geschichte, wie Jesus zur Welt kam, die kennen wir alle aus der Bibel. Wenn man sie ins heutige Leben übertragen würde, dann könnte sich das ungefähr so anhören, wie hier geschrieben steht. Josef macht die Musik leiser von wegen stille Nacht. Und es hört sich ein wenig an wie eine Polizei- oder Zeitungsmeldung. Säugling in Stall gefunden, Polizei und Jugendamt ermitteln. Die Schlagzeile, Schreiner aus Nazareth und unmündige Mutter vorläufig festgenommen. Bethlehem Judea. In den frühen Morgenstunden wurden die Behörden von einem besorgten Bürger alarmiert. Er hatte eine junge Familie entdeckt, die in einem Stall haust. Bei Auskunft fanden die Beamten des Sozialdienstes, die durch Polizeibeamte unterstützt wurden, einen Säugling, der von seiner erst 14-jährigen Mutter, einer gewissen Maria H. aus Nazareth, in Stoffstreifen gewickelt in eine Futterkrippe gelegt worden war. Bei der Festnahme von Mutter und Kind versuchte ein Mann, der später als Josef H. ebenfalls aus Nazareth identifiziert wurde, die Sozialarbeiter abzuhalten. Josef unterstützt von anwesenden Hirten sowie drei unidentifizierten Ausländern, wollte die Mitnahme des Kindes unterbinden, wurde aber von der Polizei daran gehindert. Festgenommen wurden auch die drei Ausländer, die sich als weise Männer eines östlichen Landes bezeichneten. Sowohl das Innenministerium als auch der Zoll sind auf der Suche nach Hinweisen auf die Herkunft dieser drei Männer, die sich anscheinend illegal im Land aufhalten. Ein Sprecher der Polizei teilte mit, dass sie keinerlei Papiere bei sich trugen, aber im Besitz von Gold und einigen möglicherweise verbotenen Substanzen waren. Sie widersetzten sich der Festnahme und behaupteten, Gott habe ihnen angetragen, sofort nach Hause zu gehen und jeden Kontakt mit offiziellen Behörden zu vermeiden. Die mitgeführten Chemikalien wurden zur weiteren Untersuchung in das Kriminallabor geschickt. Der Aufenthaltsort des Säuglings wird bis auf weiteres nicht bekannt gegeben. Eine schnelle Aufklärung des Falls scheint daher zweifelhaft. Auf Rückfragen teilte eine Mitarbeiterin des Sozialamtes mit, der Vater ist mittleren Alters und die Mutter ist definitiv noch nicht volljährig. Wir prüfen gerade mit den Behörden in Nazareth, in welcher Beziehung die beiden zueinander stehen. Maria H. wurde zur Beobachtung in das Kreiskrankenhaus Bethlehem gebracht. Sie kann mit einer Anklage wegen Fahrlässigkeit rechnen, da sie behauptet, sie wäre noch Jungfrau und der Säugling Stamme von Gott wird derzeit überprüft, ob sie zurechnungsfähig ist.